Immer wieder lese ich hier in den Kommentaren, Mensch Sebastian, mach doch auch mal Content für jüngere Leute, nicht immer nur für alte Säcke, die schon Millionäre sind und schon alles im Leben erreicht haben. Nun also, es ist nicht unsere Intention hier nur Content für alte Säcke zu machen. Ich hoffe, der Content ist auch für jüngere Leute interessant. Aber heute will ich ganz speziell jüngeren Leuten, also jenen, die vielleicht gerade noch im Studium sind oder am Beginn ihrer Karriere drei Tipps geben, wie sie sehr signifikante Steuern in Zukunft vermeiden können. An die Steueroptimierung kann man nicht früh genug denken und es ist sogar so, dass viele daran leider erst viel zu spät denken. Je mehr Geld du hast, je mehr Vermögen du aufgebaut hast, desto schwieriger ist es dann, dich auch steuerlich optimiert aufzustellen. Denn dann bist du ja schon auf dem Radar des Finanzamts und gerade das Deutsche Finanzamt möchte natürlich alles tun, um zu vermeiden, dass du dich ins Ausland absetzt, um hier deine Steuern zu optimieren. Bist du aber noch ein unbeschriebenes Blatt für das Finanzamt, hast du vielleicht noch nie eine Steuererklärung eingereicht, weil du erst am Beginn deiner Karriere stehst oder noch im Studium in der Ausbildung bist, dann kannst du schon heute sehr wichtige Maßnahmen einleiten, die verhindern werden, dass du in Zukunft ganz unverschämt hoch vom Finanzamt hier besteuert wirst. In diesem Video möchte ich dir drei Tipps geben, wo ich mich an drei konkreten Situationen orientieren werde, die uns hier immer wieder in der Beratungspraxis begegnen. Für dich sind hoffentlich diese Beispiele hilfreich, auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig genau auf deine Situation passen, wirst du dennoch vielleicht dort einiges ablesen können, was auch für dich verwendbar ist in deiner persönlichen Planung. Also fangen wir an. Situation 1. Du bist jetzt momentan im Studium oder zu Beginn deiner Karriere und möchtest in ein paar Jahren als digitaler Nomade um die Welt ziehen. Das ist tatsächlich etwas, was sich viele Leute heutzutage wünschen. Vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln, vielleicht ein paar Kunden finden, vielleicht auch in der Lage sein, attraktive Stundensätze hier in Rechnung stellen zu können und dann als Freiberufler, als Freelancer, als digitaler Nomade um die Welt zu ziehen. Aber leider, o Jammer, o Not, o Elend, wenn du deutscher Staatsbürger bist, dann ist das leider nicht möglich. Denn wenn du wohnsitzlos bist und sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast, also zum Beispiel einfach über eine amerikanische LRC abrechnest oder auch im eigenen Namen, ohne eine feste Geschäftseinrichtung zu haben, dann sind diese Einkünfte noch in Deutschland zu versteuern. Mir ist klar, das sagt dir so fast keiner. Im Gegenteil, vielfach wird hier gefährliches Halbwissen verbreitet, wo behauptet wird, dass du digitaler Nomade, Perpetual Traveller sein kannst, ohne steuerliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Aber wie gesagt, solche Einkünfte wären noch voll in Deutschland zu versteuern für zehn Jahre nach dem Wegzug. Und wie gesagt, das betrifft deutsche Staatsbürger. Das ist tatsächlich an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft. Wie kannst du das verhindern? All jene sind von dieser Regelung der sogenannten erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen, die deutsche Staatsbürger sind und in den letzten zehn Jahren fünf Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren. Wenn du es also schaffst, in den zehn Jahren vor deinem Wegzug aus Deutschland mehr als fünf Jahre im Ausland zu leben, dann fällst du nicht unter diese Regelung. Also, ich mache einmal folgendes Beispiel. Du könntest zum Beispiel ganz einfach im Ausland studieren. Nehmen wir mal an, du studierst insgesamt im Ausland, vielleicht für fünf Jahre, arbeitest dann auch ein bisschen, kommst dann nach Deutschland zurück, fängst dir dort an, eine Karriere aufzubauen, bist vielleicht in Deutschland vier Jahre und gehst dann ins Ausland als digitaler Nomade, dann hättest du nichts zu befürchten, denn du warst ja in den letzten zehn Jahren weniger als fünf Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Noch besser wäre es natürlich, wenn du gar nicht mehr nach Deutschland zurückkommst, sondern einfach im Ausland dann bleibst. Es spielt dabei übrigens keine Rolle, ob es jetzt ein besonders steuergünstiges Ausland ist. In dieser Phase deiner Karriere wirst du vielleicht noch nicht so viel verdienen. Das heißt also, die steuerliche Gestaltung ist vielleicht zweitrangig. Du konzentrierst dich darauf, dass du Erfahrung sammelst, dass du einen guten CV baust. Da ist die Steuer möglicherweise zweitrangig. Generell muss man ja ohnehin sagen, dass bei niedrigeren Gehältern, bei niedrigerem Einkommen ohnehin die Steuersätze nicht zu hoch sind, selbst in den Hochsteuerländern. Das heißt, es wird dich dann relativ wenig schmerzen, selbst wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, in ein Land wie Österreich, wie die Niederlande oder wie auch Dänemark, Skandinavien oder andere Hochsteuerländer umziehen würdest. Wichtig ist einfach, dass du als deutscher Staatsbürger nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. Wo du ansonsten steuerpflichtig bist, ist eigentlich völlig egal, nur nicht in Deutschland. So, und dann gehst du eben ins Ausland, bist dort digitaler Nomade, kannst wunderbar über eine amerikanische LLC abrechnen und brauchst dich nicht um das deutsche Finanzamt zu kümmern. So, das war mein erster Tipp. Was ist die zweite Case Study sozusagen? Wir haben immer wieder Mandanten, die einige Jahre nach dem Studium ihr erstes Start-up gründen, dann hierfür ausländisches Kapital bekommen, sagen wir mal, von einem amerikanischen Venture-Kapitalgeber und dann für einige Jahre in die USA auswandern möchten. Allerdings stellen sie dann mit Schrecken fest, dass es in Deutschland eine sogenannte Wegzugsbesteuerung gibt, die sich nach dem Unternehmenswert richtet. Haben Sie also Ihr deutsches Start-up mit dem minimalen Stammkapital gegründet, 25.000 Euro und erhalten jetzt im Rahmen einer Funding-Runde, sagen wir mal, 10 Millionen Euro, dann droht jetzt das blanke Entsetzen. Auf die Differenz nämlich zwischen dem Investment und dem ursprünglichen Stammkapital müssen sie nun die Wegzugsteuer bezahlen. Das sind mal locker hier ein paar Millionen. Für viele heißt das dann konkret, dass der Wegzug in die USA leider nicht möglich ist und natürlich auch in jedes andere Land letztlich unmöglich ist. Denn sie haben diese Wegzugsteuer immer dann zu bezahlen, wenn sie aus Deutschland wegziehen, selbst wenn es nur temporär ist. Bei einem temporären Wegzug kann man zwar manchmal eine Sicherheitsleistung hinterlegen, wenn aber die Wegzugsteuer 3 Millionen wäre, dann muss auch die Sicherheitsleistung 3 Millionen abdecken. Ansonsten wird es nicht akzeptiert. Also deswegen hier mein Tipp an dich, letztlich der gleiche wie der erste Tipp. Vermeide in den zwölf Jahren vor deinem Wegzug, dass du sieben Jahre oder mehr steuerpflichtig in Deutschland warst. Ansonsten trifft dich die Wegzugsteuer. Wie kannst du das vermeiden? Naja, am besten ist es natürlich, wenn du schon vor der Unternehmensgründung und so weiter ins Ausland umziehst. Das ist die allerbeste Lösung. Ansonsten rate ich dir eben, im Ausland zu studieren, im Ausland zu arbeiten. Dann vielleicht nach Deutschland zurückgekehren, wenn du dort unbedingt das Start-up gründen willst. Und achte dann darauf, dass du nicht mehr als sieben Jahre in Deutschland bist. Immer gerechnet auf den zwölf Jahreszeitraum vor dem Wegzug. Das ist mein zweiter Tipp an dich. So, die dritte Case Study ist folgende. Wir haben immer wieder Mandanten hier, junge Menschen, die aus der Familie heraus, vielleicht von Verwandten, die im Ausland sind, die schon lange nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig sind, eine Schenkung erhalten sollen. So soll zum Beispiel hier vielleicht ein Familienunternehmen übertragen werden oder eine Immobilie oder eben sonstiges Vermögen. Nun, natürlich, jeder weiß, dass man schenkungssteuerpflichtig ist, wenn man in Deutschland wohnt. Aber viele denken sich, dass sie einfach so ins Ausland gehen können und dann der deutschen Schenkungssteuer somit entfliehen können. Also zum Beispiel, man denkt, dass man ins Ausland geht und dann im nächsten Monat eine Schenkung erhalten kann aus dem Ausland. Natürlich nicht von jemandem, der in Deutschland wohnt. Aber das ist leider nicht möglich. Du bist tatsächlich mindestens noch fünf Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland unbeschränkt schenkungssteuerpflichtig. In manchen Fällen, wenn du in ein Niedrigsteuerland ziehst oder auch in die USA ziehst, bist du sogar noch zehn Jahre unbeschränkt schenkungs- und Erbschaftssteuerpflichtig in Deutschland. Das heißt, du musst dann als der Beschenkte in Deutschland erklären, dass du hier im Ausland ausländisches Vermögen geschenkt bekommen hast und musst entsprechend dann die Schenkungssteuer bezahlen. Handelt es sich hierbei um eine Schenkung zum Beispiel von einem Onkel oder einer Tante, dann ist der Schenkungssteuerfreibetrag nur 20.000 Euro hoch. Und die Schenkungssteuer, die dann zu bezahlen sind, sind 30 Prozent, also ein ganz erheblicher Betrag. Wie kannst du sowas vermeiden? Nun, wie gesagt, es hängt davon ab, wo du am Ende hinziehen willst. Aber wenn du weißt, dass hier in der Familie solches Vermögen übertragen wird, dann ist es sinnvoll, relativ früh Deutschland zu verlassen. Also wenn du zum Beispiel im Ausland studieren kannst, dann studiere im Ausland, sammle dort Berufserfahrung, sodass du dann mindestens fünf Jahre lang in Deutschland nicht mehr lebst. Und musst dann allerdings auch sicherstellen, dass du nicht in ein Niedrigsteuerland umziehst. Ansonsten bist du eben hier zehn Jahre lang von der Schenkung und von der Erbschaftssteuer betroffen. Das heißt, ziehst du also in ein Land um, zum Beispiel wie Kanada, wo es keine Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt, dann wärst du hier noch zehn Jahre lang von der deutschen Schenkung und Erbschaftssteuer betroffen. Jetzt könntest du ja einfach sagen, naja, das ist ja egal, ich gebe das dann einfach in Deutschland nicht an. Ich wohne ja nicht mehr in Deutschland. Das, was ich erbe, ist nicht mehr in Deutschland. Allerdings ist das kein sehr guter Rat, denn dann würdest du dich ja der Steuerhinterziehung schuldig machen. Und wenn es sich um Beträge über 50.000 Euro handelt, was ja bei solchen Schenkungen sehr schnell der Fall sein kann, dann kann es richtig düster für dich aussehen, wenn die Behörde dahinter kommt. Und mit dem muss man heutzutage immer rechnen. Deswegen mein Tipp hier an dich. Fange relativ früh an, den Umzug ins Ausland zu planen. Am besten eben tatsächlich zehn Jahre schon vor der Schenkung, dass du hier garantiert aus sämtlichen deutschen Verpflichtungen befreit bist und nicht groß drüber nachdenken musst, Niedrigsteuerland, nicht Niedrigsteuerland. Ich weiß, das klingt wie ein sehr langer Zeitraum. Aber im Grunde genommen, wenn du hier busy bist mit Studium und dann den ersten Jahren deiner Karriere, wirst du sehen, wie schnell diese Zeit vergeht. Tatsächlich haben wir Mandanten, die solche Schenkungen dann erhalten. Wenn sie vielleicht 30 Jahre alt sind, dann bist du immer noch sehr jung. Also das sind natürlich Dinge, die hier der langfristigen Planung bedürfen. Natürlich gibt es auch hier bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit Stiftungen oder sowas operieren oder auch mit Darlehen natürlich operieren. Das geht schon. Aber wenn du komplett das deutsche Finanzamt außen vor haben willst, dann sind eben diese zehn Jahre hier Abwesenheit aus Deutschland bei Erbschaft und Schenkung notwendig. So, das waren sie meine drei Tipps für junge Leute. Wie gesagt, wenn du jemand bist, der gerade am Anfang seiner Karriere steht, wenn du jemand bist, der vielleicht im Studium ist oder sogar noch in der Schule. Ich freue mich, dass du hier zuhörst bzw. zuschaust. Ich war selbst sehr jung, als ich ins Ausland gezogen bin, nicht mal 25 Jahre alt. Ich habe seitdem im Ausland gelebt und werde auch weiter im Ausland bleiben. Ich habe nicht vor, nochmal in Deutschland zu leben. Ich bin jetzt fast 25 Jahre aus Deutschland weg. Ich bin natürlich regelmäßig in Deutschland zu Besuch, bei Familie, bei Freunden und so weiter und so fort. Ich bin da also keineswegs in irgendeiner Weise eingeschränkt. Aber aus den Gründen, die ich dir jetzt gerade eben genannt habe, zum Beispiel, muss ich im Grunde sagen, kann ich nur davon abraten, hier in Deutschland zu leben. Am besten lebt man außerhalb von Deutschland. Selbst wenn man in den Nachbarländern Deutschlands lebt, wenigstens dann, wenn man Vermögen hat oder in Zukunft Vermögen haben wird. Also du kannst sehen, es macht nicht nur Sinn, für Reiche auszuwandern und für jene, die es bereits geschafft haben, die bereits ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Ich würde sogar das Gegenteil sagen, je früher du umziehst, desto besser ist es. Als ich ins Ausland umgezogen bin, war ich arm wie eine Kirchenmaus. Ich habe überhaupt nichts besessen. Das hat den Umzug dann im Grunde umso einfacher gemacht. Ich musste keiner dieser Regelungen, die ich gerade eben genannt habe, hier bedenken. Ich hatte kein Unternehmen und so weiter und so fort. Das heißt, je früher du umziehst, umso besser ist es. Das ist mein Fazit. Wenn das Dinge sind, die dich umtreiben und doch du demnächst ins Ausland umziehen möchtest und Themen, die wir gerade eben besprochen haben oder andere steuerliche Themen gerne besprechen würdest, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen. Ihre steuerliche Situation zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Lumpen dringend mit. Musik Vorher wird ein guter Sch Anch reindeer.